Hallo und willkommen zu meiner Aufnahme von Divine Journey, zusammen mit der lieben Bujani. Hallo und Hallo. Und mit dem müden Lemon Freak. Hallo und mit dem verballerten Ceylon. Ich geb dir gleich verballert. Ja, wir haben jetzt oder ich hab letztes mal ein bisschen Kobalt gefarmt. Um sicherlich das Ding in den Pulverizer reinzuballern. Boah, kann man machen. Der hat Gold getroppt, oder? Der hat Gold getroppt, der hat sein eigenes Auge getroppt. Der hat alles getroppt. Äh, ja was machen wir denn jetzt? Äh, ja wir beide gehen jetzt mal kurz runter und gucken ob die Stahlspitzhacke reicht für Obsidian. Äh, BZW du kannst noch mal ein, zwei Kisten bauen. Hm. Ah, okay. Pass mal auf. Ähm, ein, zwei Kisten. Ich mach hier mal ne Kiste auf und werd die mal kurz mit nem Schild versehen. Und dann bitte nur RPG Sachen reintun, okay? Du meinst diese Divine RPG? Genau. Ah, okay. Also ich soll jetzt zwei Kisten machen, oder was? Eins, ja zwei oder drei Kisten einfach damit wir ein bisschen was da haben. Oh fuck, hier sind wieder Monster gespawnt. Und Mike, du darfst dir auch gerne mal ne Spitzhacke machen. Äh, ne, 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 ne. In der Kiste liegen. Wenn Jenny da ist, kann sie dir das mal zeigen. Welche Farbe willst du, grün, rot oder blau? Blau. Blau? Scheiße. Ja, so blau, blau, blau. Äh, Mike, bring bitte n, äh, Ding mit. Ähm, wie heißt's? Mike, dein Ernst. Wassereimer. Oh, krass. Du klickst für das Rezept jedes Feld einzeln an? Warum nicht? Es geht leichter. Hier, warte, ich zeig's dir. Guck mal in die Table rein. Ja. Einmal. Hol's dir raus. Aha. So. Also ich hab jetzt, ich hab's geschafft mit, ähm, hier, Ding. Wie heißt's? Mit Wein, meiner. Äh, hab ich, ob sie den abgebaut. Problem ist, einen hab ich bekommen, Rest ist in die Lava gefallen. Oh, toll. Und deswegen brauch ich den einmal Wasser, den Mike mir jetzt hoffentlich runterbringt. Scheiße, ich hab kein Wasser. Den, den hab ich, warte, Entschuldigung. Ich geh nur kurz ins Bett. Äh, Gisten? Was? Ich hab Gisten mitgenommen. Achso, ja, die brauchen, brauchen wir oben dann gleich. Achso. Gut. Dann machen wir die Treppe weiter. Mhm. Was ist das? Okay. Ja, ich brauch heute jetzt nur den Eimer Wasser. Ne, ich kann auch nicht. Was für ne Rüstung ist das? Ähm, Emeralds und Ding. Das, was wir hatten als Schwert. Wir hatten genug davon. Keine Angst. Ja. Ja. Ich wollt's extra bunt haben. Ich geb dir gleich extra bunt. Ups. Was machst du hier? Was wär Wigo? Ich meinte Tobi. Nein, nein, na, Mist. Ich wollt das gar nicht so weit machen. Wissen du. Ich bin hier unten. Ich fahr mir gleich Obsidian. Ein bisschen. Oh, oh. So. Alles gut. So. Was ist los? Irgendwo hier ist was gespawnt. Hä? Wo ist hier? Ah, da. Ah, sorry. Ja, du hast mich auch geschlagen. Ich hab dich nicht geschlagen. Das war er. Hätt ich jetzt auch gehofft. Ist es weg, ist es weg, ist es weg. Ja. Alter. So. Aber weißt du was ich immer mache? Ich glaub ich mach ein paar Bögen fertig für uns. Damit wir auf die Distanz auf die Dinger schießen können. Ah. Ah. Da ist ja das hohe Ding. Ja genau. Und lauf einen auch hin. Dann bist du dämlich. So. Okay, das ist ziemlich viel, was ich jetzt hier grad wegfarben konnte. Ist doch gut, oder nicht? Joa, mehr oder weniger. Oh, jetzt juckt's. Okay. So, ich hab jetzt ein Stack. Ein Stack würd ich jetzt noch versuchen zu kriegen. Hm. Iron, genau. Äh. Achtung Mike, ich farm hier Obsidian, wo drunter Lava sein könnte. Ernsthaft? Er hat sich erschrocken davor? Ja, weil ich farm das Obsidian halt mit, äh, Weinmeiner ab. Deswegen. Ich weiß auch nicht. Das ist gut. Jetzt siehst grad nur, wie es unter meinen Füßen richtig rot wird. So. Also, hier ist jetzt ein Platz zum Obsidian-Farm, Mike. Ähm. Wenn du willst, kann ich dir die Spitzsacke geben und du farm's noch ein bisschen weiter. Wenn du dir das zutraust. Nein. Ähm. Ich bin grad am überlegen, was wir sonst noch bräuchten. Okay. Aber Obsidian brauchen wir eigentlich. Also, ich würd sagen, du machst die Treppe erstmal fertig. Und dann sollten wir uns vielleicht zum nächsten Mal mal überlegen, was wir machen. Mach die Treppe fertig. Ja. Ha. Ui. Wir kriegen einen Boden. Hic-Tag. Oh, Steinwall, because, Minder und so weiter. Ja. So. Äh. Hier ist jetzt auch sämtlichen Kram drin. Und die Kisten sind hier alle voll. Also, wie ist jetzt das Verhältnis für Dark Steel? Ein Obsidian, ein Pulverized Coal, ein Eisen. Mist. Äh. Das heißt, du brauchst noch definitiv mehr Eisen. Ähm. Kann ich hier vielleicht noch Eisen? Ja. 53. Ja. Das ist gut. Ah. Und dann war auch noch ein ganzes Stick. Wah. Ja. Hallo. Genau. Gib mir wieder die Fackel. Nö. Hör auf. Fackel nicht mehr lang und gib sie her. Ist jetzt meine. Ist annektiert worden. Ja. Dann spawnt hier drin was. Das bin ich Gips. Ist das mein Problem oder deins? Uns. Äh. Mike, kannst du hier draußen nochmal wieder ein paar Kisten aufstellen bitte? Ab zwei in der, äh, sag schon. Ja. In die Workbench rein gemacht. Vorne oder was? Am Haus. Die Workbench. Ah, da. Gut. Danke dir. Da kann ich endlich mal den Kram hier loswerden. So. Denn. Wir brauchen jetzt ein Stack. Pulverized. Cool. Was auch überhaupt nicht lange dauern wird. Ah. Gut. Vielleicht sollte ich es auch pulverisieren und nicht, äh, schmelzen. Mal trittieren. Also. Ich brauche das Grafit. Ich brauche hier Lorium. Das Darksteel, was gleich rum kommt. Ein Emerald. Äh, Mike. Ich habe eine Aufgabe für dich. Pst. Er ist gerade sehr unbeschäftigt. Ja. Nein, hast du grad wirklich was zu tun? Ja, mach du grad die Treppe. Ha, gut. Kann man jetzt mal sehen, wie man will. Höchste Konzentration. Da, pulsating iron. Brauche ich noch einen Diamant. Und wenn alles klappt, kriege ich jetzt heute den Reaktor hin. Wo wollen wir ihn eigentlich hinstellen? Mal so rumgefragt. Technikhaus. Heißt dauerhaft, oder nur erst mal? Erstmal? Echt? Echt? Das ist echt nicht lustig. Hauptsache ist ja der, wo halt ne Reaktor um die Ohren fliegt. Der kann nicht explodieren. Auch schade. Ich würd sagen. Außer natürlich Lämmenfummeltrum. Dann extra die Wannes. Ähm, Mist. Das dauert aber doch noch zu lange. Also das fehlt heute doch mit nichts. Ja, das macht nichts. So, da fehlen jetzt noch die roten Teile. Ähm. Hä, warum haust du ab? Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Was hat er jetzt wieder für Probleme? Was hast du denn angestellt mit dem Pummi? Angst. Er ist schwanger. Konntest du wieder nicht stecken lassen, ne? Ein Dark Steel. Willst du mich verarschen? Das sind so viele Mobs und da ist noch ein blaues, was mir vorher schon angegriffen hat. Ich will nicht mehr. Okay, ich hau's dir wollen. Ähm. Hä, warum? Das sind so krasse Mobs. Dann töte sie am besten. Das sind dreimal so groß wie ich. Und nun? Ja. Musst du etwa was kompensieren oder was? Da ist schon wieder das Blauer. Äh. Boah, man. Wir haben auch gar nichts. Wir haben keinen Stein, kein gar nichts. Wir haben keinen Stein. Gebrannten Stein. Ja, das ist was anderes. Und ich klau jetzt mal den Ofen hier. Die Frage ist, welcher Ofen von wo? Haha. Wenn du wüsstest. Den von mir zu Hause. Es kommt! Hilfe! Ah, weg. Ah ne, ist halt ab. Kein Kommentar zu diesem Schrei gerade. Was ist das? Soll ich dir was sagen? Was? Reicht das Ding mehr Angst vor Lemon als Lemon von Ihnen? Ja, so ziemlich. Oh mein Gott, jetzt kann Treppen laufen. Nein. Doch. Boah, dauert das ewig. Okay. Ach Lemon. Ah, ich hau nochmal ein Stack Kohle rein. Aber. Äh, ne, wofür brauchte ich das? Da. Wo ist das Problem? Es wollte ja sterben. Vier Pisten. Mike, du darfst mir mal ne Kiste nochmal wieder machen. Weiß jetzt ja wie das geht. Jetzt weiß ich halt. Ja, so. Glimpse was. Ja, total. Also wenn es gut läuft, kriege ich gleich noch zumindest den Controller hin. Okay. Also du wolltest Kisten. Eine einzige. Wiege. Eine. 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 So. Ich brauche Holz, ich brauche den Stein, ich brauche noch Redstone. Nein, das weiß nicht. So. Dann Bretter. Eine kleine oder also zwei nebeneinander zu machen? Eine einfache Kiste. Oder mach mir zwei Kisten gleich. Nein, warte. Warte. Ich brauche zehn Kisten. Oh Gott, wie weißt du das nochmal? Dann willst du mich verarschen. Hahaha. Pisten brauchen eine Kiste in der Mitte. Pisten? Ja. Ein Pisten? Echt jetzt? Ja. Hahaha. 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 Oh Mann. So. So. Dann gehe ich mal, bevor wir abmoderieren, gehe ich mal kurz rüber und ernte nochmal schnell alles. Ja. Mike, hast du? Äh. Acht habe ich schonmal. Ja, dann gib mir die acht schonmal her. Na. Danke. So. So. Sagst du auch mal zwei machen? Äh. Ja. Bitte. Äh. Warte. Ich wollte fünf mal fünf machen. Ah. Passt hier sogar perfekt rein. So. Wir haben einen Reaktor. auf. Ja. Woche vier. Ja. Jenny. Jenny. Ja. Der Reaktor steht. Ich gehe auch so wie was anderes. Dein Ernst? Was? Was? War das jetzt grad dein Ernst? eine Menge anderer Zeug hinzu. Was? Was passiert wenn man eine Fackel dazu stellt? Nix. Gar nichts. Ja. Ihr habt also keinen Hunger ihr zwei? Grad nicht. Na komm mal her. Ich hab nur noch acht Kartoffeln. Komm mal her. Wo? Ja. Ich hab irgendwie Angst. Komm beide her. Gib mir Schweinesteak. Los. Schweinesteak. Nee. Ein Kuchen für dich. Und ein Kuchen für dich. Oh. Danke. Toll. Guck mal Jenny. 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 Ja. 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 Nochmal Oftentimes. Okay Tom. WTF! Ja. WTF!